La Ragazza del Mondo Ich freue mich auch sehr, dass wir heute Maria Matza, die neue Direktorin des Italienischen Kulturinstituts in Köln, zugest haben, die gestern leider nicht da sein konnte, aber heute mit uns. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. 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 auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. dass das Filmforum Höchst dieses Jahr dabei ist. Vielen Dank hierbei auch an Ulrike Stiefelmeier für die gute Zusammenarbeit, dass Sie haben die Chance, dieses Jahr ein paar Filme, die vielleicht hier ausverkauft sind oder die Sie hier nicht sehen können, dann im Filmforum Höchst nachholen zu können oder dort sehen zu können. Also auch das können Sie sich auf der Homepage und in den Flyern informieren. Ja, eine schöne neue Gelegenheit, gut besuchte Filme dann nochmal sehen zu können. Ja, dann seit vielen Jahren auch seit der Gründung des Festivals die Casa di Cultura, Marie Condotta, vor allem ganz vielen Dank für gute Zusammenarbeit so zu vielen Jahren. Das gerade bei den Empfängen auch meine große Unterstützung. Vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich sehr, dass es so lange eine gute Zusammenarbeit ist. Und ja, in diesem Zusammenhang dann auch Antonio Balbi. Vielen Dank, der wie jedes Jahr den Gästen ein persönliches Geschenk überreicht aus seinem künstlerischen Schaffen, nachher im Anschluss an das Gespräch. Ja, zu guter Letzt dann noch vielen Dank an Marina Kronis, die dieses Jahr auch wieder dollmetscht und ja, den Gesprächen und nachher auch, wenn der Regisseur was sagen wird, uns immer dann simultan, sowohl dann, wenn Italienisch gesprochen wird, auf Deutsch, das übersetzen wird. Das ist auch, ja, eine sehr große Hilfe und ist natürlich auch dann schön, wenn eben zweisprachig auch die Leute, die nicht Italienisch sprechen, genau, alles verstehen können. Auch der Übersetzerin der Katalogtexte, Katharina Gewehr, an dem Zusammenhang, vielen Dank, dass auch viel Arbeit natürlich die ganzen italienisch, ursprünglich auf italienisch vorliegenden Texte für den Katalog, alles auf Deutsch zu übersetzen. Ja, auch dafür vielen Dank. Und zu guter Letzt, ganz wichtig, auch die Filmvorführer und meine Kollegen allgemein im Deutschen Filmmuseum in der Kinoabteilung, meine Kollegin, die oben den Ausschank macht und Michael Besser, der heute die Filmvorführung betreut. Und, ja, ganz herzlichen Dank auch an die Kollegen. Jetzt übergebe ich den... Ja, genug Danksagungen, aber das ist auch wichtig einfach, weil es sind, wie gesagt, das Festival gar nicht möglich ohne diese gute Zusammenarbeit seit so vielen Jahren. Und, ja, das hoffen wir, dass es weiterhin so gut funktioniert. Und nun übergebe ich das Wort an Maurizio Confora, den italienischen Generalkonsul, der auch ein paar Worte noch sprechen wird. Vielen Dank, Andreas. Guten Abend. Buona sera. Für diesen zweiten Abend, zweiten Eröffnungsabend, der Filmfestival Verso Sud. Es gibt jetzt in Adventzeit, für Adventzeit, zwei gut etablierte Traditionen im Rhein-Main-Gebiet. Die gefüllte Gans und das italienische Filmfestival Verso Sud. Seit 23 Jahren sind wir hier und wir wollen hierbleiben. Also danke an allen Förderern und Partner, die uns jedes Jahr erlauben, hier mit der Gastfreundschaft vom Deutschen Filmmuseum zu sein. Also vielen Dank an Andreas Beilharz für seine Arbeit und eine lose Zusammenarbeit. Und vielen Dank an Maria Matza, die neue Leiterin des Kulturinstituts Köln, die seit Jahren uns das Geld gibt, sodass wir dieses Festival in Frankfurt überhaupt haben können. Und ich glaube, nach was ich heute gesagt habe, dass wir haben etablierte Traditionen im Rhein-Main-Gebiet. Sie fühlt sich schon ein bisschen verpflichtet, auch für die kommenden 23 Jahre uns zu unterstützen. Vielen Dank. und auch a Made in Italy, um ein Willen sehr calorere zu Marco Danieli. Marco Danieli ist der Unglösse, die mit dem Regisse hier, Daniele Lucchetti, hat etwas in然glichen, etwas sich ermutiglich gut für seine Zukunft. Er hat sich den premien Am premio der Regisseureignisse in Italien, der David di Donatello. Also sind das Glück! Und ich bin sicher, dass der Film, La Ragazza des Mondo, die wir reflekt haben, ist ein Thema klassisch, eine Storia d'Amore, aber in einem contexten ein bisschen delicaten und schwierig ist. Und es ist ein bisschen eine Metafora, wie das Liebe kann sich entwickeln in irgendwelche Situation und contexten. Und wie es sich beeinflusst und darst Formen an alle Menschen umane. Also, ich wünsche Ihnen die Film, die ich Ihnen in. Ich begrüße Sie. Ich wünsche Ihnen jetzt die Worte a Maria Mazza. Und mit uns befindet sich heute der Regisseur Marco Danielli. Ich freue mich sehr, ihn im Rahmen der diesjährigen Ausgabe von Verso Sud als Gast und als leibhaftigen Vertreter des aktuellen italienischen Kinos hier in Frankfurt vorstellen zu dürfen. Marco Danielli hat lange Jahre in Umbrien gelebt, was schon ein Reichtum an sich ist. Er kommt inhaltlich vom Theater, worin er sich seit Jugendzeiten engagiert hat. Später dann, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat er sich mit dem Dokumentarfilm beschäftigt und mehrere gelungene Kurzfilme gedreht, unter anderem über die Realität des italienischen Strafvollzugs und die rechtliche Lage von Kindern. Seit Anfang der 2000er Jahre lebt Danielli in Rom, wo er für das Satellitenfernsehen gearbeitet und sich auf multimediale Installationen und Ausstellungen spezialisiert hat. Er studiert dann Filmregie am Centro Experimentale di Cinematografia, an dieser wichtigen italienischen Ausbildungsstätte für alles, was mit Film zu tun hat. Dort lernt er bei herausragenden Vertretern des italienischen Films wie Giuliano Montaldo, Paolo Virzi oder Paolo Sorrentino. Seine in der Studienzeit verfassten Kurzfilme werden auf vielen nationalen und internationalen Festivals gezeigt. 2007 schließt er das Studium der Filmregie ab. Auch in den folgenden Jahren dreht er weiter erfolgreiche Kurzfilme und Dokus und unterrichtet schließlich selber am berühmten Centro Experimentale di Cinematografia im Regikurs von Daniele Lucchetti, den Sie gestern kennengelernt haben. Ende 2015 beginnt er mit den Dreharbeiten für La Ragazza del Mondo, den Film, den wir heute Abend sehen werden. Und der Danielis erster langer Spielfilm ist, welcher 2016 in Venedig in der Sektion Autorenkino Venice Days vorgestellt wird. 2017 gewinnt Marco Daniele mit diesem Film, den David di Donatello, den italienischen Oscar, wie der Generalkonsul schon gesagt hat, die wichtigste Filmauszeichnung in Italien für den besten Debütfilm. Dieser mitreißende Film wirft mit intensiven Bildern einen Blick in die Welt der Zeugen Jehovas. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau. Was aber dann mit ihr im Film passiert, werde ich natürlich jetzt nicht verraten. In 104 Minuten und mit den beiden hochgelobten Protagonisten, Sara Serrajoco und Michele Riondino, sowie der außerordentlichen Beteiligung des in Italien vor allem aus dem Theater berühmten Schauspielers Pipo del Bono, erleben wir ein Manifest zugunsten von Freiheit, Selbstbestimmung und warum nicht Liebe. So, ich wünsche Ihnen alles ein schönes Firmenerlebnis. Ja, und nun bitte ich den Regisseur des Films, Marco Daniele, darum, noch ein paar Worte ans Publikum zu richten. Herzlich willkommen nochmals, Marco Daniele. Guten Abend, also ich möchte mich für meine Stimme entschuldigen. Ich wollte fast nicht kommen, aber dann habe ich doch den Mut gefunden. Ich hoffe, dass meine Stimme auch für nach dem Film bleibt. Ich werde jetzt sehr wenig sagen. Das ist mein erster langer Film. Eigentlich hatte ich eine andere Geschichte mit dem gleichen Drehbuchautor geschrieben. Und dann hat uns eine gemeinsame Freundin erzählt etwas, was ihr passiert war. Und diese Geschichte hat uns sozusagen total geflasht. Und deswegen haben wir unsere ursprüngliche Geschichte geändert und über sie geschrieben. Wir haben auf der Grundlage von ihrer Geschichte eine andere Geschichte gebaut. Und dann werde ich vielleicht nach dem Film sagen, was daran war und was daran erfunden ist. Viel Spaß! Guten Abend, Marco, du hast gesagt vorhin, dass der Film so quasi zufällig entstanden ist. Und zwar von der Erzählung von einer Person. Aber ich glaube sowieso, dass es keinen Film vorher gegeben hat, der die Welt von den Jehovas Zeugen erklärt hat. Und ich frage mich, ob gerade deswegen du den Film gemacht hast. Diciamo che, almeno in Italien, ogni tanto ci sono dei Film, in cui vengono inseriti, magari non da protagonisti di Simoni Egeo, ma normalmente per ridiculizzarli. Also in Italien gibt es ab und an mal Filme, wo die Zeugen Jehovas gezeigt werden. Die sind aber nicht die Hauptfiguren des Filmes. Man macht sich meistens lustig über sie. Sicuramente all'inizio, la cosa che ci ha preso, che ci ha affascinato, è stato proprio questo tipo di comunità. E quindi, diciamo, c'è stata una affascinazione di tipo proprio antropologico. Am Anfang, was uns wirklich fasziniert hat, das war diese sorte von Gemeinschaft. Das war eine antropologische Faszinazione quasi. Per delle persone che sono occidentali, che sono identiche a tutte le altre, che diciamo, e che invece nascondono una differenza identitaria fortissima. Diese Leute sind aus dem Westen wie wir, die sehen genauso aus wie wir, aber die haben eine komplett andere identità. Però poi in realtà la cosa che poi ci ha veramente convinti, è stato proprio il personaggio della ragazza, con cui ci siamo inspirati, che poi abbiamo chiamato Giulia. Aber das, was uns wirklich dann überzeugt hat, das war die figura von den Mädchen, was wir dann Giulia genannt haben? Diciamo che Giulia è diversa dall'originale, ma in certe cose le ha mantenute e sono sicuramente, diciamo, ha una storia simile. Giulia è diversa dall'originale, dove la storia è stata stata tua, ma ci sono anche cose, che sono stessi a loro. Perché la vera ragazza del mondo, in torno ai 18 anni, si è innamorata di un ragazzo, di un bad boy, di un ragazzo, un po' più grande d'età, che faceva anche traffici, und er war mit ihm und er war mit ihm weg und dann hat er herausgefunden, dass es nicht die Emancipation war, sondern es war eine Phase in seiner Leben, die, indem er indipendente, musste er auch von ihm emancipieren. Also das wirkliche Mädchen, das war 18 Jahre alt, hatte sich dann in einem sogenannten Bad Boy verliebt und sie hatte natürlich auch die Gemeinschaft verlassen, um eine Emanzipation zu finden, aber dann hatte sie auch selber verstanden, dass diese Emanzipation nur vollständig sein konnte, wenn sie sich selber auch von ihm emancipieren würde. Das war nur eine Phase in ihrem Leben. Eine Sache, die ich sagte, die sich der Person von Giulia hält, gegenüber der Protagonist und der realen Person, ist diese timidez, diese apparente introversion, diese Fragilität, und dann hat sie dann auch die Emanzipation in die Diskussion eine reale Rivoluzion existenziale. Und das, was Giulia mit diesem eigentlichen Mädchen vereint, das ist diese Schüchternheit, das ist, dass beide fragile Personen waren, von denen man nie gedacht hätte, dass sie dann wirklich die Kräfte und die Determination gefunden hätten, um die Welt auf den Kopf zu stellen und das Leben komplett zu ändern. Und das wahre Mädchen hat auch nie Drogen verkauft. Welche Reaktion hatten die Jehovas Zeugen mit einem Film? Also wie haben sie reagiert? Ich hoffte, dass sie einfach diesen Film als Mittel sehen würden, und dann alle Zeugen Jehovas eingeladen worden wären, den Film zu sehen. Aber so war es nicht. Ich hoffe, dass sie einfach diesen Film als Mittel sehen würden, und dann alle Zeugen Jehovas eingeladen worden wären, den Film zu sehen. Aber so war das nicht. Es gab keine offizielle negative Stellungnahme zum Film. Wir wissen, dass der Film abgeraten wurde, den Film zu sehen. Wir wissen, dass es abgeraten wurde, den Film zu sehen. Weil, wenn der Trailer des Films ausgeladen wurden, wurden die Kommentare auf Internet veröffentlicht. Es gab wahrscheinlich in dem Moment die Testimonien Jehovas mehr frei, weil sie in ihrem Haus nicht kontrolliert waren. und die Zeugen Jehovas geöffnet wurden. Es gab einen Haufen Kommentare, als der Film als Trailer gezeigt wurde im Internet. Und das wahrscheinlich, weil die Zeugen Jehovas sich dann freier fühlten, ihre Meinung zu äußern, weil sie einfach nur zu Hause ihre Meinung äußern konnten. Das war aber eine Präventive, weil sie noch nicht gesehen haben, weil sie noch nie gesehen haben. Sie waren zornig, aber sie waren zornig bevor sie den Film gesehen haben. Also ein Präventiver Zorn. Und genauso Präventiver war die Begeisterung von den Leuten, die ehemalige Zeugen Jehovas waren, die sich dann in den Chats mit den Zeugen Jehovas stritten über den Film. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, ich würde jetzt alle enttäuschen, die Zeugen Jehovas und die ehemaligen Zeugen Jehovas. Eine Sache, was ich weiß, ist, dass, als der Film wurde annonciert, dass er nach Venezia ging, als er gesagt wurde, dass der Film im Venediger Festival gezeigt wurde, habe ich einige Interviews für die internationalen Zeitungen gemacht. Und diese und einige Journalisten sagten mir dann, dass sie einen offiziellen Brief bekamen nach dem Interview, von dem Pressebüro von den Zeugen Jehovas, also von der Gemeinschaft. Und sie beschwerten sich einfach über wie das Interview geführt worden war, wie der Journalist das Thema angepackt hatte. Aber das war kein Brief an die Zeitung, das war ein Brief an den Journalisten. Und das war kein Brief an die Zeitung, das war ein Brief an den Journalisten. Und das gehört zu dem Understatement der Zeugen Jehovas. Also alles sagen können, aber bloß nicht auffallen. Und keine schlechte Werbung für sich riskieren, indem sie schlecht über meinen Film reden. Das gehört ja auch dazu. Ich glaube, die Welt der Anderen ist ein Film über Fundamentalismus. Und wenn wir dieses Wort benutzen, dann denken wir automatisch an Muslime oder an Gewalt. Aber ich glaube, Fundamentalismus gibt es auch in unserer Gesellschaft, ohne eben das Mittel der Gewalt zu benutzen. Also die Zeugen Jehovas, die sie entweder als Sekte oder als Glaubensgemeinschaft betrachten, das hängt vom Land ab, wo man redet. Aber es ist auf jeden Fall eine radikale Religion. Und es gibt keine Nuancen. Aber wenn wir zum Beispiel von Juden oder von Hebraismus sprechen, dann gibt es die Radikalen, die orthodoxen Juden und es gibt dann Woody Allen, der ist ja auch Jude. Und es gibt auch in der katholischen Welt auch in der katholischen Welt einige Bewegungen, die anerkannt werden von der offiziellen Kirche, die aber auch wie Sekte auftreten. Bei den Zeugen Jehovas ist es einfach so. Dein Leben ist so ausgerichtet, dass du dein Leben für die Zeugen Jehovas ausgibst, für das Missionieren, für die Welt an sich, innerhalb von dieser Gemeinschaft. Sie sagen, wir sind in der Wahrheit und die anderen nicht. Die sagen, wir sind denn der Wahrheit und die anderen nicht. Punkt. Und es gibt jetzt keine Vorlieben für andere Religionen. Also, man sei atheist oder man sei katholisch, für diese ist alles egal. In deinem Film spricht man, also man wird dazu gezwungen zu überlegen, wie das Verhältnis zwischen Freiheit und Zwang ist. Natürlich sind das Themen, die aus diesem Kontext hervorspringen. Man muss aber auch klarstellen, die Zeugen Jehovas sind wirklich Pazifisten, die üben keine Gewalt aus. Es gibt kein Heer, die machen nie den Militärdienst. Auch in Italien, wo man damals das machen musste, die haben sich immer verweigert, den Militärdienst zu leisten. Aber das ist nur, weil sie die weltlichen Institutionen, egal von welchem Land wo sie leben, einfach nicht anerkennen. Zum Beispiel, sie wählen nicht in keinem Land. Aber die Kontroverse gibt es natürlich, wenn wir von psychologischer Gewalt reden. Die physische Gewalt gibt es ja nicht, aber die psychologische sehr wohl. In deinem Film gibt es eine Szene, in der die Mädchen vor einer Art Gericht etwas sagen, aber es ist sehr gewaltvoll. Wir haben uns angefangen, uns den Zeugen Jehovas anzunähern, sowohl über meine Freundin, aber dann auch über andere Leute, über Zeugen Jehovas, über ehemalige Zeugen Jehovas. Wir haben auch in Versammlungen teilgenommen. Wir haben uns dokumentiert in vielerlei Art und Weise. Wir haben Bücher darüber gelesen, auch ihre Bücher. Und eine sehr einfache Art, die Zeugen Jehovas kennen zu lernen, ist einfach das zu lesen, was die veröffentlichen. Und das kostet ja nichts, also sie sind ja froh, wenn sie das lesen. Oder es gibt auch eine internationale Internetseite, die wird in allen Sprachen der Welt übersetzt, und da kann man sehr wohl verstehen, was sie von sich haben wollen. Es gibt ein kleines Buch, ein kleines gelbes Buch, da sind die ganz grundlegenden Prinzipien, und die fängt man dann anzulesen, wenn man sich der ganzen Sache annähert. Und da steht klar und deutlich drin, die Frau ist niedriger anzusehen als der Mann. Und das gibt es bestimmt hier in Frankfurt auch, das ist ja sowieso in allen Sprachen übersetzt. Und das ist ein gelbiges, gelbiges, orangenes Buch. Es ist brei, es ist klein, aber es ist ein Kapitel dedicat zu der Frau. Und da haben wir die Frage in den Anfang des Films gestandelt, wenn die Mädchen predigen und sie sprechen, von denen alle einen Chef haben, etc. Und eben dieses Buch gibt es überall. Und von diesem Buch haben wir den Satz herausgenommen, was am Anfang des Films gesagt wird, wo die Mädchen unter sich sprechen, oder die Frauen, wo es einfach heisst, es gibt einen Chef, und die Leute unterhalb vom Chef. Und um über die Szene mit dem Gericht zu sprechen. Es ist ein typisches Verwendnis, das nicht nur auf Frauen, sondern auch auf die Menschen, natürlich. Diese Maßnahme wird nicht nur gegenüber Frauen genommen, sondern auch über Männer. Aber natürlich sind die spirituellen Führer der Gemeinschaft alle Männer, die Leute unterhalb der Gemeinschaft alle Männer, und die Leute unterhalb der Gemeinschaft alle Männer. Aber natürlich sind die spirituellen Führer der Gemeinschaft alle Männer. Und deswegen ist es für die Frauen umso schwieriger, umso verschmernder, über solche intime Themen zu sprechen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Der Leitfagen ist weg. Was ist die soziale Composition? Die Impression ist, dass es eine soziale Composition sehr populär ist, zumindest von dem, was man in deinem Film sieht, und dann vielleicht auch von dem, was wir übertragen haben, von der Straße zu sehen. Ist wirklich so oder nicht? Woraus bilden sich die Gemeinschaften der Zeugen Jehovas? Welche Schichten der Gesellschaft sind darin vertreten? Weil ich habe das Gefühl, das sind eher die niedrigeren Schichten der Bevölkerung. Ich bin jetzt nicht der Experte der Welt über die Zeugen Jehovas. Wir sprechen dann über den Film auch versprochen. Aber ich könnte meine Meinung dazu sagen. Meine Meinung ist, dass in generell vor allem Personen der Medio-Basse sind und auch Proletariate, wenn es noch so ist. Mein Gefühl ist, dass diese Leute aus der Mittelschicht, niedriger Schicht und auch aus dem Proletariate herkommen. Denn zu ihren Werten gehört ja auch das zu verneinen, was individuell ist. Und dazu gehört ja auch eine Karriere. Deswegen werden die Kinder zum Beispiel nicht ermutigt oder sogar entmutigt auf die Universität zu gehen. Die Zeugen Jehovas werden ihnen aber sagen, wir haben total viele Leute, die auf die Uni gegangen sind. Das ist aber nicht wahr. Auch wenn es anders ist, zum Beispiel, wenn ein Kind sagt, ich will einen kurzen Kurs zu werden, ich weiß nicht, in Deutschland, wie es ist, um Physiotherapie zu werden, um Physiotherapie zu werden. Vielleicht, man sagt, drei Jahre, es ist ein spezifisches Job, wenn zum Beispiel ein Kind sagen will, ich möchte ein Magister machen oder ein Kurzstudium machen, um Physiotherapeut zu werden, jetzt weiß ich nicht, wie das in Deutschland ist, dann könnte das ja sein, dass ihr anerkannt wird, weil Physiotherapeut, das ist ja eine praktische Arbeit. Wenn jemand sagt, ich will mir eine Soziologie, eine Anthropologie kulturale, dann denke ich, dass er das nicht beantragt wird. Wenn einer aber Soziologie oder kulturelle Anthropologie studieren möchte, ich glaube nicht, dass er dahin geführt wird. Gab es besondere Probleme beim Schnitt dieses Filmes? Du sagst auch ein argoment difficile für eine Prima-Opera. Normalerweise wählst du Dinge auch die einfache Probleme. Denn das Thema, das du dir ausgesucht hast, ist ja auch ein schwieriges Thema für den ersten Film. Normalerweise wählt man einfachere Themen. Du dici montare, in der Akzeption, produttivamente. Du sprichst vom Schnitt, also die Postproduktion, ja. In realtà, secondo me, war es schwierig, aber es war nicht schwierig, weil ich über die Testimonien von Jehova gesprochen habe. Also der Schnitt war schon schwer, aber nicht, weil ich über die Zeugen Jehovas gesprochen habe. Es war schwer, weil es ausgesucht mit einem Film dramatisch ist schwer. Es war schwer, weil als erster Film einen dramatischen Film beizubringen, das ist schwer. Für diejenigen, die nicht Italiener sind und nicht genug Erfahrung in Italien, ist natürlich der Film, das in der sangue, in unserem DNA und in der gran parte der Prozent der Produktionen, die jedes Jahr werden, ist die Commedia. Also für die Leute hier im Publikum, die nicht Italiener sind, die sich nicht so gut auskennen mit dem italienischen Film. Was in unserem Blut ist, was einfach italienischer Film ist, das ist die Komödie. Deswegen glaube ich, das war schon ein Problem, einen dramatischen Film sich auszusuchen. Aber ich glaube nicht, dass meine Probleme jetzt besonders waren. Ich sehe Freunde, die genau die gleichen Probleme haben, mit anderen Themen. Es geht also um die Art des Films, um den Genre, und nicht um das Thema. Ich glaube, sicherlich eine der Stärken des Films ist die Hauptdarstellungen, die meiner Meinung nach eine der wichtigsten und ein interessantes neue Schauspielerin in den italienischen Kinos ist. Wie hast du diese Person gewählt? Hast du sie sofort gesehen und gesagt, das ist diejenige, die ich haben will? Oder hast du verschiedene Leute gesehen? Wie war das? Ich habe Sarah Sarayoko kennengelernt, drei Jahre vor dem Film und habe ihn drei Jahre vor dem Film kennengelernt. Ich habe Sarah Sarayoko kennengelernt vor drei Jahren, also drei Jahre bevor ich den Film gedreht habe, als ich so eine Art Trailer vom Film gedreht habe. Und der Trailer wurde einfach gemacht, um die Leute dazu zu bringen, meinen Film zu finanzieren. Und ich habe ihn einfach gemacht, weil die Leute manchmal püren, zu leeren Schauspielern, wenn man einen Trailer macht, das ist ja viel einfacher für sie. Manchmal haben die Leute einfach keine Lust, ein Drehbuch zu lesen. Wenn man einen Trailer macht, das ist ja viel einfacher für sie. Ich habe einen kleinen Cast aufgestellt und ich dachte, das sei provisorisch. Und sie war da als Hauptdarstellerin. Sie hat nur einen Film gedreht, der war aber noch nicht in den Seelen gekommen. Und das war ein bisschen der Provinz, weil dann, nachdem ich dieses Promo gemacht habe, das war sehr gut für ein Promo, wir waren alle glücklich mit dem Promo. Und dann haben wir gesagt, sie ist die Protagonist, das war so. Ich habe drei Jahre später, vor dem ich den Film gedreht habe. Ich und mein Sceneggiatore haben geschrieben andere Stesuren, aber wir haben die Sceneggiatur geschrieben, pensando an Sarah Sarajok. Also dieser Trailer ist dann auch sehr gut geworden und sie hatte wirklich eine gute Figur gemacht. Und wie gesagt, es sind dann drei Jahre vergangen, bis wir dann angefangen haben, den Film zu drehen und wir haben das Drehbuch immer wieder geändert. Aber in dem wir schon dachten, sie ist unsere Hauptdarstellerin. Sie ist ja komplett anders als Michele Riondino, also der Hauptdarsteller. Michele ist ein sehr strukturierter, sehr technischer, in dem ich glaube, er kann eine große Veränderung auf den Personagieren ein bisschen, wie die amerikanische Autoren machen. Michele ist ein sehr technischer Schauspieler, also er kann sich wirklich einversetzen in die Rolle, die er dann spielen will. Ein bisschen so, wie die amerikanischen Schauspieler das machen. Sie hat jetzt ihre Technik entwickelt, denn sie hat dann viele Filme gemacht und sie lernt im Learning by Doing Prozess. Aber sie ist einfach sehr natürlich, sie kommt natürlich rüber. ist eine Attrice extremamente naturalistica. Sie sieht wirklich, was sie macht, auch wenn sie erinnert. Also das, was sie tut auf dem Set, das scheint so zu sein, auch wenn sie eigentlich spielt. Manchmal denke ich, dass die Unterschiede zwischen ihr und einem Non-Attoren ist nur, dass sie in Italien spricht. Also manchmal denke ich, dass der Unterschied zwischen ihr und jemandem, der kein Schauspieler ist, ist, dass sie italienisch spricht. Und kein Dialekt, also einige Schauspieler können das nie ausnehmen. Und dann hat sie eine Art, eine Art, ein Mysterium, etwas, etwas, ein bisschen mysteriöser und das, mir so sembra, aber sie ist einfach eine andere Typische. Sie hat einen en Geheimnisvollen Blick. Also alles in allem, ich würde sagen, dass sie einfach eine sehr merkwürdige Person. und ich glaube, die passte wirklich für diese Rolle, für diese Person, die eine sehr große Spiridualität haben musste. Also Fragen an das Publikum. Man braucht dann die Hand hochzuheben. Ja, ich habe folgende Frage. Also grundsätzlich erstmal, ich glaube, dass sie alle Religionen nicht gerne schlaue Menschen haben und schlaue Frauen schon gar nicht, mehr oder weniger. Und ob nun Unterschicht oder wer, ich glaube, Menschen, die in dieser doch sehr schwierigen Welt, in der wir leben und einer sehr entfremdeten Welt eine Heimat suchen, sind eben anfällig für solche Gemeinschaften. Das, glaube ich, ist eher eine Frage auch an uns, wie wir diese Erde, unser Leben, unsere Gesellschaft wirklich, also Heimatgefühle, wer die haben kann. Meine Frage, und noch was, kennen Sie Dietrich Brüggemeier, Ihr Kollege, Ihr deutscher Kollege, der hat, ein junger deutscher Regisseur, der hatte vor zwei, drei Jahren auf der Berlinale einen wunderbaren Film gezeigt. da geht es um auch ein Mädchen und da geht es schrecklich aus, und zwar bei den Altkatholischen. Das ist innerhalb der, ich weiß nicht, wer das kennt, die Sekte der Altkatholischen, aber mir geht es nur darum zu sagen, versuchen Sie mal den Film zu bekommen, er ist sehr, sehr gut. Meine Frage geht in folgende Richtung, zu den Recherchen. Die Riten, die Sie uns vorzeigen, das haben Sie wahrscheinlich von Ex-Mitgliedern der Zeugen Jehovas, weil sie selber konnten da nicht dabei sein, und mich würde jetzt interessieren, welche Szenen hätte es noch geben können? Sie haben uns vor allem sehr, sehr lange, empfand ich das, die Taufe gezeigt und halt immer wieder in der Kirche, und gibt es darüber hinaus noch Riten, die die Leute binden? Allora, also diesen Regisseur vor allem erst, den kenne ich nicht, ich werde recherchieren. Vielen Dank. Ehm, no, in realtà, auch auch, ich gebe euch ein paar Beispiele, ich bin auch in eine Sala des Regions. Also ich war in einem Königreichssaal und ich habe an der Versammlung teilgenommen. Es gab nämlich eine lange Zeit, in der ich kein Geld hatte, um zu drehen. Und wir wollten uns einfach informieren, also die Idee stand dann als Dokumentarfilm über die Zeugen Jehovas eigentlich. Also die Idee stand dann als Dokumentarfilm über die Zeugen Jehovas eigentlich. Ehm, ich hatte damals nichts anderes zu tun und ich drehe ja manchmal Dokumentarfilme auch. Und dann haben wir uns gedacht, wie kommen wir eigentlich in einen Königreichssaal? Tun wir einfach etwas vor? Sagen wir, dass wir interessiert sind, obwohl wir es nicht sind? Sagen wir gar nichts? Und einerseits war das ethisch nicht korrekt. Und auf der anderen Seite, ich hatte einfach Angst, dass die uns dann entlarven. Aber Sarah Sarioko hat sich genau so dokumentiert. Sie hat es vorgegeben, eine zu sein. Also sie hat verschiedene Versammlungen in Rom besucht und hat einfach vorgegeben, dass sie einfach eine neue, eine Interessentin war. Und wir haben uns einfach vorgestellt. Wir hatten eine Kontaktperson und wir haben gesagt, wir möchten in einen Dokumentarfilm drehen. Können wir da reinkommen? Können wir das anschauen? Und sie hatten keine Probleme damit. Wir hatten keine Probleme damit. Wir sind und haben assistiert in diesen Königreichssaal, wir haben verschiedene Versammlungen gesehen. Wir haben gesehen, wie sie ihr Bibelstudium gemeinsam ausüben. Wir haben gesehen, Aber wir waren auch ein Tag, in dem sie eine Art von Dingen gemacht haben, weil ich habe es gesehen, dass es gab, dass es noch mehr Gespräch waren, die Menschen, die in Neophyten waren. Und ich habe verstanden, es gab ja zwei Arten von Versammlungen. Die Versammlungen, die etwas offener waren, also auch für die Interessenten, die sich einfach der ganzen Sache annäherten. Und dann Versammlungen, die etwas für, ja, für wirklich internen Leute waren. Und die haben uns dazu reingelassen. Also es gab da einen älteren Lehrer, das sind die Leute, die die Gemeinschaft leiten. Und er hat einfach eine Lektion abgehalten, über die Körpersprache, also wie man reden soll, wie man sich bewegen soll, wie man sich halten soll, wenn man einfach missioniert, also von Tür zu Tür pro Beranda macht. Ich habe in einem Sermut, wo ein Anziger kam, da stand da fuori, weil sie haben eine sehr besondere Gerarchie, da sind die Menschen, das sind dort, ich meinen Namen haben, aber ein paar Mal ist, ist das für ein Jahr, eine ganze Zeit, das in einem Jahr, ein bisschen etwas in alto, an manche zu sagen, auch von Menschen, die nicht eine wirkliche Retribution haben. Also ich habe zum Beispiel einmal teilgenommen in einem Sermon, dieser Sermon wurde von jemandem abgehalten, der nicht von dieser Glaubengemeinschaft ein Mitglied war, der kam von außen. Also es gibt eine sehr komplizierte Hierarchie. Es gibt Leute, die einfach gastieren und von Gemeinschaft zur Gemeinschaft hingehen und diese Sermone halten und die sind wichtige Figuren in der Gemeinschaft an sich. Und er hat ein Sermon gegen den Welt, von dem wir ein bisschen etwas haben, wo er gesagt hat, wir sind die Soldaten, wir müssen wir, wir sind die Eserce, wir sind in der Welt. Das ist diese Allegorie, dieses Worte, dieses Worte, auch wenn wir, wir wissen, dass sie nicht die Bombe haben, also nicht die Bedeutung zu einem Islamismus-Vertigsten. Aber es hat dieses Lenssico so stark verletzt. Und er hat einfach gegen die Welt gebetet, Er hat immer gesagt, wir sind dann Soldaten, wir sind ein Heer, wir kämpfen gegen die Welt und das war alles eine Kriegsallegorie. Wir wissen, dass die Zeugen Jehovas nicht gewalttätig sind, wir wissen, dass diese Gewalttätigkeit nur psychologisch ist, aber die Sprache und die Haltung, die sie hatten, die waren wirklich sehr, sehr stark. Also die Szene mit dem Film beginnt, wo die Mutter und die Tochter sogar in quasi ein kleines Spiel spielen, eine Simulation, das ist was Typisches. Also ich habe jetzt nicht diese Szene gesehen, ich habe eine andere gesehen, aber das ist typisch, dass Frauen diese Simulierungen machen, eben um didaktisch etwas rüberzubringen. Invece, per esempio, la scena in cui l'anziano Pippo del Bono, l'anziano arriva durante la festa a dirle che era stata disassociata. Die Szene, wo der Häuptling, sagen wir mal, zu diesem Fest, zu dieser Party geht und ihr sagt, du bist jetzt ausgeschlossen. Die entnahm ich einem Video, was ich im Internet gefunden habe. Da gibt es einen amerikanischen Zeugen Jehovas und er ist wirklich sehr, sehr zornig. Und da klingelt es an der Tür bei ihm und da sind zwei Häuptlinge und die kommen zu ihm, um ihm zu sagen, dass jetzt ausgeschlossen wurde von der Gemeinschaft. Und er ist so zornig und reagiert so sarkastisch, dass er einfach eine Kamera nimmt und anfängt, sie zu verfilmen. Und die sagen, was machst du denn, nimmst du uns auf? Und er sagt, ja und, was? Und er sagt, ja und, was? Und er ist wirklich arrogant zu ihnen, aber die bleiben, die ziehen keine Mine, die bleiben ganz ruhig. Und man sieht einfach auch in dieser Szene, die ich dann verfilmen habe, es tut ihnen leid, zu sagen, zu müssen, dass die Frau jetzt weg muss. Aber die müssen das machen. Weil sie natürlich auch inklusive sind, dass eine Person ein Fall ist für sie, dass sie ein Misserfolg für sie ist. Jemanden ausschliessen auf der Gemeinschaft, das ist ja irgendwie ein Misserfolg für sie. Das ist ein Scheitern. Das heißt, wir haben uns 360 Grad dokumentiert, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich auf Ihre Frage geantwortet habe oder nicht. Iris Buster. Haben Sie dann den Kommentarfilm gedreht und er sagte nein? Also einmal eines Tages, als wir in diesem Königreichssaal waren, da kommt ein Häuptling zu uns und sagt, Marco, wie geht es dir? Und ich sage, sehr gut, ich habe sehr viele interessante Dinge gesehen. Und er sagt, ja gut, ist gut, aber abgesehen vom Dokumentarfilm. Du, also was passiert mit dir, mit dem, was du siehst? Und da frage ich mich, wo ist der Co-Autor vom Buch? Wir waren immer zusammen eigentlich, Antonio und ich, wie zwei Polizisten. Und ich drehe mich um und sehe, Antonio wurde von anderen Leuten genauso angesprochen wie ich. Da habe ich verstanden, denen war es sowas von egal, ob ich den Film jetzt im Dokumentarfilm drehe oder nicht. Sie waren nicht besorgt, dass wir jetzt alles sehen würden, was sie da in der Gemeinschaft machen. Aber sie hofften wirklich, dass wir zu Zwang Jehovas werden. Das war das Wort, Punkt. Also, zur Frage zum Dokumentarfilm, wir haben dann lange gewartet und plötzlich kommt dann der Moment, wo der Produzent sagt, so, jetzt geht's los. Das heißt, du hast so lange gewartet und dann plötzlich muss es zack, zack gehen. Andere Fragen? Ein Sequel. Ein Sequel. Also, ich würde eine Serie machen, ehrlich gesagt. Solo, dass in Italien, ich glaube, wir sind noch editorialmente ein bisschen lontan. Ich glaube, in Italien gibt es ein kleines Problemchen damit. Ein Sequel. Ein Sequel. Un'altra domanda, scusate, in fondo e poi vengo, seguiamo l'ordine della prenotazione. Vielen Dank. Eine andere Frage, aber ich habe praktisch, und ich habe es nicht begonnen, weil in dem Film gibt es eine Art von Kokain. Also in dem Film gibt es so eine Art Eckgasse, entweder ist man in einer Sekte, also in dem psychologischen Druck, oder man muss Drogen verkaufen. Ich hätte erwartet, dass der Film einen Ausweg zeigt. Also die letzten drei Minuten, wo das Mädchen die ehemalige Freundin wieder sieht und dann die Frieden schliessen, das ist für mich kein Ausweg. Denn das Schlimm ist ja schon passiert. Wenn die Liebesgeschichte, die eigentlich eine Lösung hätte sein können, ein Ausweg hätte sein können für beide, die ist ja kaputt gegangen. Also gibt es für Sie einen Ausweg, wenn man in die Zwänge einer Sekte kommt, denn Sie geben in dem Film eine andere Antwort. Alltanto grazie per i complimenti sull'Opera Prima, che non sembra un'Opera Prima, ma che l'ho fatta, ci ho messo totalmente tanto tempo, che dovevo già fare, tipo, come se avessi fatto l'Opera Terz, almeno. Also vielen Dank vorallererst, was Sie bei meinem Film gesagt haben. Sie sagen ja, das ist das erste Werk, aber ich habe es so lange gebraucht, das ist für mich wie das dritte, das ich anfühlte. Sonst sembravo, che piotopo stupido, perché sei già anziano. No, capisco la domanda. Noi siamo sicuramente fatti influenzare dalla storia, cui mi sono inspirato, che comunque, diciamo, in qualche modo m'ha condizionato. Also ich verstehe Ihre Frage, und sicherlich haben Sie uns von der Geschichte beeinflussen lassen, die wir ja persönlich gesehen haben. Also sicherlich hat diese Geschichte den Film auch geprägt. Però ci sono comunque, c'è un'altra, sta terza via comunque, anche se è accennata, si parla di, lei alla fine quando sta in ospedale con Libero gli dice, forse voglio tornare a studiare, e alla fine no, torna da questa ragazza, che per me è, come dire, l'unica possibilità di questa storia, non di tutte le storie di testimoni di Geova che trovano fuori uscita, anche perché hanno raccolte molte altre, molto diverse, però diciamo che è una costa... Mi fermo un attimo. Vai. Also es gibt einen dritten Ausweg. In dieser Geschichte, zum Beispiel am Ende, in der Szene vom Krankenhaus, wo Sie dem, Ihrem Freund sagt, vielleicht möchte Sie vielleicht studieren, das könnte der Ausweg für Sie sein, das ist die einzige Möglichkeit, der einzige Ausweg für diese Geschichte. Aber es gibt viele andere Auswege für viele andere Geschichten, die ich gehört habe. Diciamo che una persona, dal momento che la cosa che mi interessava di più, che mi interessa come tema, è l'identità, i temi, diciamo, fare un film che parlasse di identità, non tanto di religione, poi ovviamente c'è pure religione. Una cosa che ho capito, parlando con ex testimoni, è che hanno un grande problema a livello identitario. Und das, was ich verstanden habe, indem ich mit ehemaligen Zeugen Jehovas gesprochen habe, ist, dass Sie wirklich ein Problem mit der Identität haben. Per questo avevo paura del loro giudizio, in realtà. Deswegen hatte ich Angst von dem, was Sie sagen würden über meinen Film. Perché loro non è che amano, e loro sono andati via, da, hanno avuto, diciamo, qualcosa li ha spinti fuori, ma poi c'è qualcosa che loro, come dire, sentono ancora un'appartenenza anche. Denn Sie haben die Gemeinschaft zwar verlassen, Sie mussten weg, aber Sie haben immer noch innen drin irgendetwas, was Sie in dieser Gemeinschaft bindet. Questo che stavo dicendo. Das war genau das, was ich sagen wollte. Stavo dicendo proprio, infatti tendono proprio a distinguere le cose buone dalle cose cattive. Also es gibt ja einen Unterschied, Sie machen einen Unterschied zwischen falsch und gut in der Gemeinschaft. Auch meine Freundin, die seit 20 Jahren keine Zeugin Jehovas ist, und die aber immer noch leidet, weil die Familienverhältnisse immer noch kompliziert sind. Sie temeva un film ideologico, che dicesse, che Testimonie Jehovas sono soltanto il male, no? Sie hatte Angst, dass ich einen Film drehen würde, wo es nur um Ideologie ging, wo es nur heißt, Zeugin Jehovas ist einfach schlecht. Che fosse Manicheo, come sono Manichei loro. Das heißt, ein Film, der einfach Propaganda machen würden, wie die es machen. E quindi diciamo che alla fine quel finale ci dice, come anche qualche altra scena della seconda parte del film, ci dice che forse lei, l'unica persona in quel momento con cui può stare, è una persona che condivide veramente il suo conflitto, quindi è una persona diciamo in qualche maniera internamente ancora rotta, ancora... Also das Ende und auch einige Szenen in dem Film, die zeigen uns einfach, dass vielleicht dieses Mädchen in dieser Freundin die Person gefunden hat, die genau den gleichen Konflikt erlebt. Also eine Person, die innerlich ein bisschen zerbrochen ist. Aber ich könnte jetzt eine Stunde darüber sprechen. Ja, es ist auch sehr interessant, aber wir müssen leider zum Ende kommen. Grazie. Dankeschön.